Also ich darf euch ganz herzlich willkommen heißen hier in Filters zur Wiesenparty im Namen vom OK ganz herzlich begrüssen und es freut mich, dass ich heute mit eurer Objek verbringen darf. Sind wir schon ein bisschen nervös? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht, das gibt es ja nicht. Er ist nicht einmal nervös. Wie viele Schläge meinst du brauchst bis es angezapft ist? Etwa drei. Drei! Ich behaupte er braucht mehr als drei. Also sind wir schon bereit? Jawohl, es sieht gut aus. Dann dürfst du den Schläger in die Hand nehmen. Jetzt können wir alle zusammen von zehn abwärts zählen. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, los! Zwei, drei, zwei. Zwei, erst bei zwei. Zwei, drei. Anzapft ist. Fertig, Schluss haben wir. Zwei, drei, zwei, zwei… Uppol mit drei! Hey! Hau mal, komm auf! Viele schöne Dirndern auf der Wiese Die Traudi, harte Gaudi mit einem Ostfriesen Ein viel zu großes Herz in ihrer offenen Bluse Da reißt das Hosentür an seiner Lederhose Du saug, saug, saug mal noch amass Sauf mal noch amass, saug mal noch amass Du saug, saug, saug mal noch amass Sauf mal noch amass Ein Chicolo mit einem Madl aus der Ukraine Sagt zu Sepp, du Depp, schau nicht so geil auf ihre Beine Das Mass ist voll, sagt der Sepp und nimmt seinen Kuh Und kippt die voller Maß auf den Chicolo sein Maßanzug Du saug, saug, saug mal noch amass Sauf mal noch amass, saug mal noch amass Du saug, saug, saug mal noch amass Sauf mal noch amass Und also, ich würde sagen, wir lassen uns los Wir kommen zur Miss Wissen Party 2.0.14 Ein Applaus für Petra Petra, wir reden nicht so lange Du weissst Petra, du weissst Petra Genau Sehr schön, also, wir hätten noch eine Frau zu Petra Nein Jetzt gehen wir zur zweiten Kandidatin Ein Applaus für Karin Wir kommen zur dritten Kandidatin und das ist Tanja Einen Applaus für Tanja Anja, du wuschst, so Jetzt eine Probe für dich, wie sollst du mitgemacht? Zum Spass auch noch zu den Hohen Sehr schön, zum Spass auch, ich glaube, das wollen wir alle da hin und an Und jetzt gehen wir zur nächsten Luft ab, das heisst, wir einführen auf die Plätze, fertig, los Anführen, anführen Anführen, anführen Die da hinten, auch die, die nicht verschüttet Jawoll Also, es sollte ein schöner Schum haben Ein Minuten Zeit, um ein Brezel zu formen Drei, zwei, eins, los! Oh, ja, 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 wir müssen eine Jury, da müssen wir jürieren Wir haben hier mein Widerparty Angela Das heisst, da im zweiten Platz Quote im Studio Gaby Müller Herzlichen Gratulatur Aber ich habe noch etwas vom Abend, das ist natürlich klar. Und Unbezug sendet ihr 2,50 Franken. Also mitmachen lohnt sich. Für die, die nächstes Jahr vielleicht mitmachen müssen. Lea übergibt der Angela der Misen-Misen-Party 2014 schleifen. Das heisst, Angela, Reggurda, Agurci, Pantracats, Grand Hotel, 1,200 Franken. Angela, herzliche Gratulation. Also die Miss Wiesen-Party, ein dreimal hoch. Sehr schön. Ciao, ciao. Jetzt noch ein Mach, ein Mach. Jetzt noch ein Mach. multim-Ach. Jetzt noch ein Mach. Jetzt noch ein Mach. Dann noch ein Mach. Untertitelung des ZDF für funk, 2017